Heute zeige ich Übungen für den Adduktor. Adduktor mit Doppel D geschrieben, im Gegensatz zum Abduktor mit B, der das Bein abspreizt. Also der Adduktor zieht das abgespreizte Bein zum Körpermittelpunkt hin an. Es gibt mehrere Adduktoren und auch Abduktoren im Körper. Ich rede von dem Bein, Innen, Oberschenkel. Man kennt es vielleicht von diesen Fußballerverletzungen, die das immer wieder haben. Für die erste Übung nehme ich mir einen alten Fahrerschlauch. Ein Gymnastikband kann man natürlich auch nehmen, wenn man das hat. Ist vielleicht sogar besser. Das Gummiband muss an einem festen oder sehr schweren Gegenstand befestigt sein, sonst würde ich jetzt wegziehen. Ich ziehe das abgespreizte Bein an das Standbein heran zur Mitte. Man kann es auch nach vorne vor dem Standbein vorbeiziehen und dabei auch den Fuß, die Zehen nach innen rotieren. Muss man nicht, ist aber von Vorteil, wenn man den Fuß rotiert. Über den Abstand des Standbeines zum Festpunkt des Gummiseiles bestimme ich den Widerstand und damit auch die Intensität. Eine weitere Übung, um den Adduktor zu trainieren, ist folgende. Das obere Bein wird etwa 90 Grad angehenkelt und liegt vor dem Körper. Das untere Bein muss im Kniegelenk gestreckt sein und wird dann gegen die Schwerkraft nach oben gehoben. Der Fuß kann nach innen rotiert werden, muss aber nicht. Dabei trainiert man auch etwas den Adduktor des oberen Beines. Bei dieser Variante liegt man auf einer Tischfläche oder auf zwei Stühlen. Die Stelle hier sollte schon etwas gepolstert sein, damit es an der Hüfte nicht so drückt. Die Hüfte bzw. die Beine stehen über und müssen frei beweglich sein. Das obere Bein kann in diesem Fall gestreckt sein, muss aber nicht. Und man hebt jetzt das untere Bein zum Mittelpunkt oder weiter hinweg. Der Fuß kann einrotiert werden, nach innen. Vorteil hier, man kann auch das Bein tiefer hängen lassen, nicht aufsetzen und weiter aus der Mittellage heraus bewegen. Das geht auch gut mit Gewichtsbelastung. Die folgende Übung sollte nur gemacht werden, wenn man schon genügend Grundkraft im Adduktor und vor allen Dingen im Kniegelenk hat. Also für Fortgeschrittene. Denn der Stress im Kniegelenk ist nicht unerheblich. Man stützt sich mit dem oberen Bein, was gestreckt ist im Kniegelenk, auf eine erhöhte Position und aus der durchhängenden Position über die Streckung des Körpers, mehr oder weniger, bis leicht anheben der Hüfte und wieder absenken. Um es leichter zu machen, könnte man hier einen Stuhl hinstellen und sich darauf abstützen, für das Gleichgewicht. Oder Elbungsstand. Und dann kann es auf einen neuen Stuhl hinstellen. Musik 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 Musik